Hallo und willkommen zu der ersten Goethe-Institut-Wissenschaft-Messe. Wir haben zwei Geniehen heute. Hallo, wie heißt du? Ich heiße Rupert Schmidt und dieser Junge ist meine Mitarbeiter, Wörf. Und du? Und ich heiße Albrecht und dieser Junge hier ist mein Mitarbeiter Julian. Und ich habe etwas fantastisch gemacht. Und ich habe das gefunden, das Steckenpferd. Äh, nein, Karl-Jas hat das in 1817 gefunden. Es ist das Führfahr des Fahrrads. Meine nächste Erfindung ist da. Es heißt die MP3-File. Nein, du hat das nicht ergefunden. Karl-Heinz Brandenburg hat das in 1996 ergefunden. Ach! Und was hast du gemacht? Ha! Das! Das ist meine Sturmgewehr 44. Ah, nein, das war von Hugo Schmeister in 1943 ergefunden. Doch! Ah, Quatsch! Das hier ist mein Flammenwerfer. Nein, das war von Richard Feindler in 1901 ergefunden. Das hier ist mein Flammenwerfer. Ja, ich weiß es. Das ist ein Flammenwerfer. Das ist ein Flammenwerfer. Oh mein Gott. Oh, oh. Oh, nein. Ah. Und das hier ist meine Zeitmaschine. Aber ich glaube, ein anderer Erfinder hat das schon gemacht. Was? Hallo? Hallo? Oh, ich habe nicht gedacht, dass dieser doofe Lasergrundlist, das ich erfinden habe, arbeiten könnte. Mein Gott! Was machst du? Das war Jürgen Goldiebdeimler, der erfindet von dem Motor. Wir haben keinen Motor, aber ich habe das Steckenfer. Jawohl. Ich weiß nicht, wie viele Menschen klicken, die im Weg. Was? Das ist eine Show. Einen Einzige. Das ist eine mates Rundfunk Chris. Ich habe das Fögel gegenseitigt. Meine Damen und Herren, wir sehen uns vor allem, was ich passiert. Vielen Dank.